Hallöchen Youtube und herzlich willkommen zum wahrscheinlich ärmsten Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch eine typische Runde Farmland gegen Randys. Auch wenn sie meine Abonnenten sind, es juckt mich nicht. Hier seht ihr eine klassische Runde, Randy Land und zwar meinten alle uns targeten zu müssen. Dazu fühlen sie sich jetzt noch wunderbar in den Kommentaren und meinen wir wären ja die größten Randys und könnten uns nicht mal gegen sie verteidigen. Das ist natürlich auch unmöglich, wenn man gleichzeitig und als allererstes von 3 Teams angegriffen wird. Jetzt nochmal für alle in diesem Video zu sehende Personen. Ihr könnt gar nix, lernt Bad Wars zu spielen und targetet nicht jede fucking Person die ihr kennt. Ihr macht euch nur unbeliebter. Ihr könnt gar nix. Jetzt seht euch gleich einfach bitte den verfickten Weg von Team Geld zu uns an. Dann noch zwei weitere Teams über unsere Eiseninsel. Was soll man da noch machen? So eine Scheiße sollte mittlerweile echt bannbar sein. Ich sage dazu jetzt gar nichts mehr. Ich habe gerade gar keinen Bock irgendeine Sache zu produzieren oder auch nur irgendeine Sache zu machen. Ich bin angepisst des Todes und ganz im Ernst fühlt euch toll wenn ihr uns so armselig besiegt habt. Mir ist scheißegal ob ich gegen solche Vollidioten verliere oder gewinne. nur so eine Scheiße wie die hier abziehen ist einfach nur dreckig und armselig. Schaut es euch selber an. Ich bin raus. Ciao. Wow. Oh mein God ich hasse es. Gott, hier ist doch schlecht, da kann ich mal igeln. Ich komm in 5 Minuten wieder meine Vorhandlung. 5 Minuten, du kannst doch gar nicht mal zählen bis 5, Alter. Mach einfach. 1,3,8. Werte, wir werden halt des Todes getargetet. Werden wir? Merke ich mir. Du bist ja auch gegründet. Ja ok, gelb, ok. Ja, gelb gönnt sich. Ja, Leute, ne? Beim Bett? Bett? User disconnected from your channel. Weißt du, sowas sollte eigentlich schon fast bannbar sein. Achtung, die sind da, die Gälde. Ach, deren Müller, Alter. Ohne Witz, Namen. Ach, die werden so schwitzen müssen. Ach, wir schwitzen doch nicht gegen Ju-A-Low, Mann. Ja, gönnen sie dir, wie sie hier alle auf uns geiern. Es ist doch nicht mehr normal. Wie ihr keine Ahnung bekommt, Herr Bastard. Ja, Junge. Dead Target. Ach, ich bin so dumm, Alter. Ach, können die kommen. Kann nicht mal die kommen, Alter. Ohne Witz, Alter. Wieso gönne ich solchen Leuten überhaupt irgendetwas im Leben? Wieso sollte ich überhaupt? Warum kriegt ihr denn keinen Nocken mit dem verfickten Knüppel? Die kommen wieder von... Ab den... Bastard. ... 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